Was ist das teuerste Produkt, das man bei Burger King in der Schweiz kaufen kann? Weltweit ist Burger King in der Schweiz nämlich durchschnittlich am teuersten. Nach einer anstrengenden Suche nach dem teuersten essbaren Produkt habe ich den Gruyère Burger gefunden. Für Fastfood-Verhältnisse sieht der wirklich gut aus. Aber wie schmeckt das Ding? Geiler Burger, aber viel zu teuer. Wie viel hat aber jetzt der Besuch bei Burger King gekostet? Nur der Burger ohne Menü hat mich 18.40 Franken gekostet.